Wir wollen heute über Mose, über sein Sterben und über sein Leben nach dem Tod reden. Mose ist eine der prominentesten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Seine Person, seine Leistung, seine Biografie, sein Lebenswerk sind einzigartig. Nein, Mose war kein sündloser Mensch. Auch er machte Fehler. Auch er versagte. Was ihn dennoch zum nachahmenswerten Vorbild macht, ist sein Glaube. Einer seiner Fehler war, dass er im Alleingang seinem Volk Israel in Ägypten helfen wollte. Er verließ sich auf seine eigene Kraft. Mose tötete einen Ägypter und musste dann selbst aus Ägypten fliehen. Ein zweiter Fehler, von dem wir wissen, weil er uns berichtet wird, war sein Ungehorsam Gottes Anweisungen gegenüber. Nach dem Tod Miriams lagerte sich das Volk Israel in der Wüste Zinn. Dort gab es kein Wasser und das Volk mohrte, wie so oft, gegen Mose und Aaron. Damals gab Gott Mose und Aaron Anweisungen und sagte, sie sollten zu dem Felsen vor den Augen des Volkes reden. Doch Mose gehorchte der Anweisung Gottes dieses Mal nicht, sondern, so lesen wir es, erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Der Unglaube von Mose und Aaron äußerte sich in diesem Fall in einem kleinen, aber wichtigen Detail. Sie glaubten nicht, dass der Fels Wasser hervorbringen wird, wenn sie zu ihm reden werden. Deshalb entschied sich Mose, auf den Felsen einzuschlagen. Sowohl Mose als auch Aaron mussten für diesen Ungehorsam einen hohen Preis bezahlen. Beide starben in der Wüste und durften nicht in das verheißene Land einziehen. Die Sünde, die so klein sie in unseren Augen auch sein mag, sie hat immer tragische Konsequenzen. Und die letzte und tragischste Konsequenz der Sünde ist der Tod. Das ganze Volk erfährt davon. Sie alle müssen diese Lektion lernen. Mose rebelliert nicht gegen Gott. Er bleibt demütig und er nimmt das Urteil Gottes im Glauben an. Gott lässt ihn das verheißene Land aus der Ferne sehen und begutachten. Und dann schickt er ihn auf den Berg Nebo, um zu sterben. Offensichtlich handelt es sich hier um eine diesseitige, irdische Strafe, die keine Auswirkung auf die Ewigkeit hat. Mose ist nicht verbittert. Er legt sein Leben und sein Sterben in die Hand des allmächtigen Gottes, den er kennt und den er liebt. Ein Gott, der keine Fehler macht. Vor seinem Tod segnet Mose die zwölf Stämme Israels und ermahnt sie, an Gottes Wort festzuhalten und ihm in jeder Einzelheit zu folgen. Er sagt, Bevor er dann selbst auf den Berg steigt, Gott lässt Mose allein auf den Berg steigen und lässt es nicht zu, dass das Volk ihn bestattet. Wahrscheinlich, weil die große Gefahr bestand, dass Israel aus seinem Leichnam einen Götzen machen würde, den das Volk angebetet hätte. Und deshalb durfte niemand erfahren, wo Mose begraben ist. Das Begräbnis arrangiert Gott selbst. Er schickt nämlich den Engel Michael, seinen Knecht Mose zu bestatten. Das erfahren wir aus dem Judasbrief im Neuen Testament. Dort heißt es in Vers 9, Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerliches Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Offensichtlich hatte der Satan großes Interesse, den Leichnam Moses zur Reliquie. Und zum Götzen für Israel zu machen, aber Gott ließ es nicht zu. Doch mit dem leiblichen Tod ist die Biografie des Mose noch nicht zu Ende. Wir begegnen ihm nämlich im Neuen Testament noch einmal. Er trifft sich mit Jesus und mit Elia auf dem Berg der Verklärung. Mose wird von den Jüngern Jesu sofort erkannt. Er und Elia sind lebendig und aktiv. Sie sind informiert und involviert in das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Lukas berichtet uns. Und siehe zwei Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. So ist Mose für uns nicht nur ein Vorbild durch seine Gottesnähe, seinen treuen Dienst und seinen Glauben. In seiner Person haben wir auch eine Bestätigung für Gottes Auferstehungskraft und die Herrlichkeit des ewigen Lebens. Durch sein Erscheinen auf dem Verklärungsberg lernen wir wichtige Wahrheiten über das Leben der Gläubigen nach dem Tod. Erstens, sie bleiben die Personen der Geschichte, die sie waren. Sie verlieren ihre Identität nicht. Zweitens, sie sind für andere erkennbar, identifizierbar und sichtbar. Drittens, sie sind verherrlicht und unsterblich. Viertens, es gibt keinen Todesschlaf für die verstorbenen Gläubigen, keine Friedhofsruhe, auch wenn ihr irdischer Leib im Grab ist. Fünftens, sie werden für ihren Dienst und ihre Treue von Gott reichlich belohnt. Und sechstens und letztens, sie führen ein aktives und aufregendes Leben im Himmel. Sie sind informiert und involviert in den Heilsplan Gottes und dienen ihrem Herrn in ihrem verklärten Zustand. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!